Und lasst den Ausatmen auch wieder länger werden. Ihr merkt schon, meine Stimme haut schon wieder ab. Atme durch die Nase ein und atme durch die Nase aus und lass die Energie erstmal nach unten fließen. Weg vom Kopf nach unten. Also es ist so viel Energie jetzt gerade auch, was den Kopf neu strukturiert. Bringen wir diese Energie erstmal nach unten. Weil für viele von uns ist diese Energie auch zu viel. Und mit dem Atem verteilen wir die Energie im ganzen Körper. Und alles, was wir sozusagen vergrößern, ob das Lichte oder das Unlichte, es wird durch die Energie immens groß. Also holen wir uns immer wieder zurück und gucken, was wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Untertitelung des ZDF, 2020